Sagen des klassischen Altertons, gesammelt von Gustav Schwab. Zweiter Theil, die Sagen Trojas. Die Griechen Die Versündigung, die sich Paris als Gesandter zu Sparta gegen Völkerrecht und Gastrecht hatte zu Schulden kommen lassen, trug im Augenblick ihre Früchte und empörte gegen ihn ein bei dem Helden Folge der Griechen alles Vermögen des Fürstengeschlecht. Menelaos, König von Sparta, und Agamemnon, sein älterer Bruder, König von Mykene, waren Nachkommen des Tantalos, Enkel des Pelops, Söhne des Atreus, aus einem am hohen wie an verruchten Taten reichen Stamme. Diesen beiden mächtigen Brüdern gehorchte außer Argos und Sparta die meisten Staaten des Peloponneses, und die Häupter des übrigen Griechenlands waren mit ihnen verbündet. Als daher die Nachricht von dem Raube seiner Gattin Helena, den König Menelaos, bei seinem greisen Freund Nestor zu Pylos traf, eilte der entrüstete Fürst zu seinem Bruder Akamemnon nach Mykene, wo dieser mit seiner Gemahlin Klyptenestra, der Halbschwester Helenas, regierte. Der teilte den Schmerz und den Unwillen seines Bruders, doch tröstete er ihn und versprach, die Freie Helenas ihres Eides zu gemahnen. So bereisten die Brüder ganz Griechenland und forderten seine Fürsten zur Teilnahme an dem Kriege gegen Troja auf. Die ersten, die sich angeschlossen, waren Plepolymos, ein berühmter Fürst aus Rhodos, ein Sohn des Herakles, der sich erbot, neunzig Schiffe zu dem Feldzuge gegen die trügerische Stadt Troja zu stellen. Dann Diomedes, der Sohn des unsterblichen Helden Tydeus, der mit achtzig Schiffen die mutigsten Peloponnesier der Unternehmung zuzuführen versprach. Nachdem die beiden Fürsten mit den Adriden zu Sparta Rat gepflogen, erging die Aufforderung auch an die Dioskuren oder Zeus' Söhne Castor und Pollux, die Brüder Helenas. Diese aber waren schon auf die erste Nachricht von der Entführung ihrer Schwester dem Räuber nachgesegelt und bis zur Insel Lesbos, ganz nah an der trojanischen Küste, gekommen. Dort ergriff ein Sturm ihr Schiff und verschlang es. Die Dioskuren selbst verschwanden. Aber die Sage versicherte, sie seien nicht in den Wellen umgekommen, sondern ihr Vater Zeus habe sie als Sternbilder an den Himmel versetzt, wo sie als Beschirmer der Schifffahrt und Schutzgötter der Schifffahrenden ihr sorgenvolles Amt von Zeitalter zu Zeitalter verwalteten. Indessen erhob sich ganz Griechenland und gehorchte der Aufforderung der Adriden. Zuletzt waren nur zwei berühmte Fürsten noch zurück. Der eine war der schlaue Odysseus aus Ithaca, der Gemahl Penelopes. Dieser wollte sein junges Weib und seinen zarten Knaben Telemachos, der treulosen Gattin des Spartanerkönigs zuliebe nicht verlassen. Als daher Palamedes, der Sohn des Fürsten Naupios aus Euboea, der vertraute Freund des Menelaos, mit dem Sparterfürsten zu ihm kam, heuchelte er Narrheit, spannte zu dem Ochsen einen Esel an den Flug und pflügte mit dem seltsamen Paare sein Feld, indem er in die Furchten, die er zog, anstatt des Samens Salz ausstreute. So ließ er sich von beiden Helden treffen und hoffte dadurch, von dem verhassten Zuge freizubleiben. Aber der einsichtsvolle Palamedes durchschaute den verschlagensten aller Sterblichen, ging, während Odysseus seinen Flug lenkte, heimlich in seinen Palast, brachte seinen jungen Sohn Telemachos aus der Wiege herbei und legte diesen in die Furche, über den Odysseus eben hinwegackern wollte. Da hob der Vater seinen Flug sorgfältig über das Kind hinweg und wurde von den laut aufschreienden Helden seines Verstandes überwiesen. Er konnte sich jetzt nicht länger mehr weigern, an dem Zuge teilzunehmen, und versprach, die bitterste Feindschaft gegen Palamedes in seinen listigen Herzen, zwölf bemannte Schiffe aus Ithaka und den Nachbarinseln dem Könige Menelaos zur Verfügung zu stellen. Der andere Fürst, dessen Zustimmung noch nicht erfolgt, ja dessen Aufenthalt man nicht einmal kannte, war Achil, der junge, aber herrliche Sohn des Peleos und der Meeresgöttin Thetis. Als dieser ein neugeborenes Kind war, wollte seine unsterbliche Mutter auch ihn unsterblich machen, steckte ihn, von seinem Vater Peleos ungesehen, das Nachts in ein himmlisches Feuer und fing so an zu vertilgen, was vom Vater her an ihm sterblich war. Bei Tage aber heilte sie die versenkten Stellen mit Ambrosia. Dies tat sie von einer Nacht zur anderen. Einmal aber belauschte sie Peleos und schrie laut auf, als er seinen Sohn im Feuer zucken sah. Diese Störung hinderte Thetis, ihr Werk zu vollenden, sie ließ den unmündigen Sohn, der auf diese Weise sterblich geblieben war, trostlos liegen, entfernte sich und kehrte nicht mehr in den Palast ihres Gattens zurück, sondern entwich in das feuchte Wellenreich der Nereiden. Peleos aber, der seinen Knaben gefährlich verwundet glaubte, hob ihn vom Boden auf und brachte ihn zu dem großen Wundarzt, dem Erzieher so vieler Helden, dem weißen Zentauren Chiron. Dieser nahm ihn liebreich auf und nährte den Knaben mit Bärenmark und mit der Leber von Löwen und Ebern. Als nun Achill neun Jahre alt war, erklärte der griechische Seer Kachas, daß die ferne Stadt Troja in Asien, welche der Untergang durch griechische Waffen bevorstehe, ohne den Knaben nicht werde erobert werden können. Diese Wahrsagung drang auch zu seiner Mutter Thetis hinab durch die tiefe See, und weil sie wußte, daß jener Feldzug ihrem Sohne den Tod bringen würde, so stieg sie wieder empor aus dem Meere, schlich sich in ihres Gatten Palast, steckte den Knaben in Mädchenkleider und brachte ihn in dieser Verwandlung zu dem Könige Lykomedes auf der Insel Skyros, der ihn unter seinen Mädchen als Jungfrau heranwachsen ließ und den weiblichen Arbeiten großzog. Als er bei dem Jüngling der Pflaumen um das Kind zu keimen anfing, entdeckte er sich in seiner Verkleidung der lieblichen Tochter des Königs Daidamea. Die gleiche zärtliche Neigung vereinigte in der Verborgenheit den Heldenjüngling mit der königlichen Jungfrau. Und während er bei allen Bewohnern der Insel für eine Verwandte des Königs galt und auch bei Daidamea für nichts anderes gelten sollte, war er heimlich ihr Gemahl geworden. Jetzt, wo der Göttersohn zur Besiegung Trojas unentbehrlich war, entdeckte der Seher Kallchers, dem wie sein Geschick so auch sein Aufenthalt kein Geheimnis geblieben, diesen letzteren den Arthriden, und nun schickten die Fürsten den Odysseus und den Diomedes ab, ihn in den Krieg zu holen. Als die Helden auf der Insel Skyros ankamen, wurden sie dem Könige und seinen Jungfrauen vorgeführt. Aber das zarte Jungfrauengesicht verbarg den künftigen Helden, und so scharfsichtig der Blick der beiden Griechenfürsten war, so vermochten sie doch nicht, ihn aus der Mädchenschar heraus zu erkennen. Dann nahm Odysseus seine Zuflucht zu einer List. Er ließ, wie viel ungefähr in den Frauensaal, in dem die Mädchen sich befanden, einen Schild und einen Speer bringen, und dann die Kriegstrompete blasen, als ob der Feind heranrücke. Bei diesen Schreckenstönen entflohen alle Frauen aus dem Saale. Achill aber blieb allein zurück und griff mutig zu dem Speer und zu dem Schilde. Jetzt ward er von den Fürsten entlarvt, und er pot sich, an der Spitze seiner Mirmidon oder auch Thesalia, in Begleitung seines Erziehers Phönix und seines Freundes Patraklos, welcher mit ihm einst bei Peleus aufgezogen worden war, mit fünfzig Schiffen zu dem Griechischen Heer zu stoßen. Zum Versammlungsort aller griechischen Fürsten und ihrer Scharen und Schiffe wurde die Hafenstadt Aulis in Boeotien, an der Meerenge von Euboea, durch Agamemnon ausersehen, den die Volkshäupter als den tätigsten Befürworter der Unternehmung zum obersten Befehlshaber derselben ernannt haben. In jenem Hafen sammelten sich nun außer den genannten Fürsten mit ihren Schiffen unzählige andere. Die vornehmsten darunter waren der riesige Ajax, der Sohn des Telamon aus Sulamis, und sein Halbbruder Theusser, der treffliche Bogenschütze, der kleine, schnelle Ajax aus dem Nagrorlande, Menestheus aus Athen, Ascanaphos in Ialmenos, Söhne des Kriegsgottes, mit ihren Meniern aus Orchamenos, aus Boeotien Peneleus, Akesilaos, Clonius, Protenor, aus Phokishelios und Epistraphos, aus Olbea und mit dem abandten Elephenor, mit einem Teile der Agiver und anderen Peloponnesiern außer Diomedes, Stellinos, der Sohn des Kapaneus, und Orialos, der Sohn des Mykisteos, aus Pylos Nestor, der Greis, der schon drei Menschenalter gesehen, aus Arkadien Agapenor, der Sohn des Anchios, aus Edis und anderen Städten Amphimachos, Talpatios, Dioris und Polyxenos, aus Tolichion und den ichanischen Inseln Meges, der Sohn des Phileus, mit den Aetoliern Thoas, der Sohn des Atreimon, aus Greta Idomeneus und Meriones, aus Rhodos der Hieraklide Telepolemos, aus Syme Nereus, der schönste Mann im griechischen Heere, aus den kalydnischen Inseln die Hierakliden Phaedipos und Antipos, aus Phylake Podarkes, Sohn des Iphiklos, aus Phereien Thessalien Eumelos, der Sohn des Atmet und der frommen Alkestis, aus Methone, Taumagia und Molyböa Phyloktet, aus Trichautome und Euchhalia, die zwei heilkundigen Männer Podallarius und Machaon, aus Ormenion und der Umgegend Eurypolos, der Sohn des Eumannion, aus Orgissa und der Gegend Polypötes, der Sohn des Paridios, des Theseus-Freundes, Guneos aus Kyphos, Protos aus Magnesia. Dies waren nebst den Atriden, Theseus und Achil, die Fürsten und Gebieter der Griechen, die, keiner mit wenigen Schiffen, sich in Aulis sammelten. Die Griechen selbst wurden damals bald Danaa genannt, von dem alten ägyptischen König Danaos her, der sich zu Argos im Peloponnes niedergelassen hatte, bald Argiva, von der mächtigsten Landschaft Griechenlands, Argolis oder dem Argiva-Lande, bald Achaia oder Archiva, von dem alten Namen Griechenlands Achaia. Später hießen sie Griechen, von Greikos, dem Sohne des Thesalos, und Helene, von Helen, dem Sohn des Deucalion, und der Pyra. Ich erhebe. 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 Ich erhebe.